Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder um den T2-Bus. Wir sind noch nicht ganz auf der Ziel geraten, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Hier haben wir jetzt unseren Motor liegen, denn in diesem Video geht es darum, den Wagen mal ein bisschen zum Leben zurückzuholen. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gelaufen ist, aber es soll auf jeden Fall in den nächsten Tagen soweit sein, dass er wieder läuft. Dafür haben wir hier einen B-Motor, das heißt Kennbuchstabe B ist ein originaler Busmotor, aus Belgien damals gekauft. Wir haben ja vor einiger Zeit leider herausgefunden, dass der ziemlich platt ist und zwar sind die Köpfe undicht gewesen. Kolben und Zylinder sahen auch nicht mehr so gut aus. Den Rumpf konnten wir retten, haben jetzt schon schön sauber gemacht. Hier sind jetzt die neue Teile, endlich angekommen. Vielen Dank nochmal an Heckhaft Motors an dieser Stelle. Supergeile Beratung und schnelle Lieferung und zwar haben wir es hier. Schaut euch das mal an. Nigel-Nagel-neue Zylinderklöpfe, richtig sexy. Hier drinnen, das Wichtigste, alles neu. Hier hätten wir unseren Riss und generell waren die schon ziemlich verkohlt, also da bin ich froh, dass wir jetzt neue hier zur Verfügung haben. Außerdem, auch geil, neue Zylinder inklusive Kolben. Einmal alles schick und neu. Deswegen fangen wir direkt an, bauen jetzt hier mal alles ab, schauen uns das an, verbauen die ersten Teile. Schön, dass ihr dabei seid. Wir legen direkt los. Du bist hier der Mann der Stunde heute wieder. Wie immer, ne? Mit unserem Abzieher. Oh, er kommt schief, Alter. Der kommt schief. Wow. Was war das? Wow, ja, die ist gekommen. Jetzt müssen wir die Schraube hier weg haben, weil da liegt sie jetzt an. Wie Butter. Da ist das Ding. Ah, okay, reicht noch. Ist okay. Ab ist ab. Der größte Erfolg für heute, aber der erste. Der erste Erfolg. Kann man eigentlich gerade mal schick machen wieder, ne? Auf jeden Fall. Erste Challenge schon. Hier hinten unsere 36er Mutter muss weg. Ich hab's mit dem großen Kollegen hier probiert, geht nicht. Jetzt muss der ran. Daumen drücken. Kommt's auf. Leichter wie bei 1500er, ne? Lüppt. Guck mal, die hat zwei, ist das normal? Nee, ne? Zu Fackenspezi, Alter. Ich hab doch keine Ahnung. Und ich hab hier parallel dazu schon mal hier diese, das abgerissene Blech rausgemacht. Ja, da siehst du den Rest noch. Und zwar diesmal ohne abzureißen, Leute. Also die Schraube, das Blech war schon abgerissen. Ja, ja, das Blech war... Das Geile ist, da wir jetzt neue Köpfe haben. Daniel hat ja bei den Köpfen sämtliche Schrauben abgerissen. Leid mich am Daniel, die waren wirklich alle fest. Jetzt haben wir neue Köpfe. Ich hab die festgezogen und dabei sind sie abgerissen. Falsche Richtung gedreht. So, tschüss. Hier sieht man den Übeltäter mal wieder. Das ist der Simmerdichtring. Der ist jetzt zwar noch ganz, aber ihr seht es, wie hier das Öl runtergelaufen ist und hier der ganze Schmodder drin hängt. Das Problem ist meistens... Digga, was ist los mit dir? Das Problem ist einfach, wenn wer hier undicht ist, läuft hier das Öl runter und du hast jedes Mal hier zwischen Getriebe und Motor Öl wo raustropft. Das versuchen wir zu vermeiden mit einem neuen. Den machen wir nachher rein. Da formen wir es erstmal raus und alles sauber machen. Aber das ist quasi nicht das Wichtigste. Wichtig ist jetzt mal, dass hier die neuen Köpfe, Zylinder und Kolben draufkommen. Dafür reinigen wir hier die Stehbolzen nochmal. Zwei sind rausgegangen. Die anderen lassen wir gerade drin. Denn soll wohl nicht so geil sein, die auszubauen. Naja, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich weiß ganz genau, das ist super asozial, hier immer diese Stehbolzen auszubauen. Deswegen lassen wir es mal direkt. Ja, bin ich voll bei dir. Erster Kolben kommt rein. Alles ein bisschen Ölen. Pfeil zum Schwungrad. Haben wir gerade nochmal in so einem schlauen Buch nachgelesen. Super wichtig. Beachten wir natürlich. Und jetzt wird es spannend. Ja, weißt du, hier der Spannungspunkt ist wieder unglaublich. Trüppel, trüppel, trüppel. Und, und, jetzt machst du mich nervös. Fühlt hinein, er führt hinein. Du machst mich nervös. So, Marvin, wir haben keine Zeit. Die Leute wollen was sehen. Ja, ich muss hier noch mehr ein bisschen, weißt du, der ist nicht gelaufen. Jetzt läuft er. Hast du kein Öl dran gemacht? Doch, ich hatte genug Öl. Was ist wichtig beim Motorenbau? Öl dran. Ne? Weil wenn man ihn dann startet und die Ölpumpe noch nicht direkt fördert, soll gerne alles müssen geschmiert sein, ne? Das machen wir. Wollen wir haben. Alles, was er will, dass er dann auch läuft. Schieb durch. Oh, butterweich, butterweich. Dann machen wir direkt die Splinte rein. Weißt du, was ein bisschen falsch aussieht? Ne? So ein komplett neuer, schicker Kolben. Und dann hier alles so ein bisschen noch. Aber ich muss ganz kurz mal zu meiner Verteidigung, zu unserer Verteidigung sagen. Ja, man könnte jetzt den Motor auch spalten und innen drin alles und hier und da. Aber ganz ehrlich, für das Geld brauche ich mir irgendwann einen richtig schönen großen Motor. Wir wollen jetzt erstmal den Bus fahren. Zuverlässig fahren. Nicht für 100 Jahre, aber für die ersten paar Saisons vielleicht. Mal gucken. Und deswegen mit dem Neuteil wird er laufen. Er wird auch gut laufen. Alles andere sprengt den Rahmen. Das investiere ich nicht in den ursprünglichen B1-Kanal-Motor. Da kommt dann vielleicht mal was Größeres. Aber Portemonnaie sagt aktuell nein. Und deswegen bin ich froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier mit diesen Neuteilen den Motor wieder zum Laufen zu bringen, weil das alte Zeug war nicht mehr zu gebrauchen. Und ein bisschen Spannung ist natürlich gegeben, weil wenn du den Motor ganz machst, ist klar, dass er läuft. Wir finden das zusammen raus. Also, wenn ihr den neuen Motor sehen wollt, lasst ein Abo da. Genau, wenn jetzt wirklich mal alle abonnieren würden, die die Videos regelmäßig gucken, es sind über 50, okay, mittlerweile nur noch über 40 Prozent, dann könnte ich vielleicht mal einen großen Motor fahren. Ich glaube nicht mal dann, weil von Abos kaufst du ja nichts, ne? Aber ist ja auch egal. Ich mache das ja, weil ich Bock drauf habe. Fast getroffen. So, weiter geht's. Jetzt zieh den da raus. Ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht, siehe mal. Er ist auf Anschlag. Alter, deine Hand kriegst du da nie wieder raus. Scheiße, kannst du den aboperieren? Ich hole ein bisschen Öl. Ey, hör auf, du ölst ja wirklich, du Spaß. Dann kann ich es direkt verteilen. Ah, das ist die falsche Seite. Da muss gar kein Öl raus. Ja, erster Kopf ist halb drauf und wir sind schon wieder beim nächsten Rückschlag, leider. Wir kommen hier nicht weiter, denn wir hatten davor ein Kanalköpfe und die haben hier andere Aufnahmen und ihr seht es, die sind hier zu lang. Das Gewinde hört hier schon auf, aber wir müssten so weit noch drauf. Das heißt, wir hätten nicht genug Gewinde und die würden uns hier anstehen, beziehungsweise müssten wir sie kürzen, aber hätten, wie gesagt, kein Gewinde. Lösung ist, die hier rausschrauben. Wie hieß das? Das ist mega einfach, hieß es, deswegen lassen wir sie drin. Ne, wir haben sie eigentlich extra drin lassen wollen, weil das super scheiße ist, sie da rauszukriegen. Oh, oh, Daniel. Ja, was soll ich denn machen, Marmar? Oh, oh, oh. Was soll ich denn tun? Jetzt pass auf. Ja. Oh. Ja. Hat sich gelöst? Ja. Geil. Schülle. Weil wenn da was kaputt geht drin, dann ist hier erstmal Spaß vorbei. Kommen Sie sich endlich einen neuen Motor, wenn ich abonniere. Aber wir haben auch zum Glück schon die richtigen hier. Es ist nie verkehrt, alten Scheiß aufzunehmen. Ich habe irgendwann meinen alten Motor zerlegt und habe die Sachen hier aufgehoben, gerade im Lager oben gefunden. Die hier sind zweieinhalb Zentimeter kürzer. Wir probieren die mal aus, weil hätten wir die bestellen müssen, hätten wir heute Nacht beziehungsweise morgen hier nicht weitermachen können. Und wir haben langsam ein bisschen Zeitdruck. Ihr seht es, es ist noch ein langer Weg to go. Letzter Bolzen. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Ich wollte das dir nochmal kurz sagen, dass ich es einfach geregelt habe. Also, ich will mich ja jetzt nicht zu früh freuen. Du hast noch einen. Vielleicht hättest du warten sollen, bis alle draußen sind. Nein, das mache ich jetzt so ganz nebenbei. Während du mit mir redest, schaubst du jetzt kurz raus. Ganz locker lässig. Ja, hat sich leicht gedreht. Und jetzt? Ihr seid live mit dabei. Alter, voll easy. Adored. So, mit diesem Erfolgserlebnis können wir den heutigen Tag beenden. Wir hauen ab, kommen morgen wieder, bauen weiter zusammen. Ihr bleibt dran, dann sehen wir uns gleich wieder. Neuer Tag, wir sind zurück. Fühlst du es? Ich bin motiviert. Ich habe gedacht, ich erschreckt mich, das hat nicht funktioniert. Okay, dann mach doch mal. Neuer Tag bist du motiviert. Also, der Motor steht hier vor uns. Der zweite Kopf kommt dran. Erster ist schon parat. Wir verlieren keine Zeit. Es ist schon wieder ein bisschen später. Wir haben den ganzen Tag Sachen regeln müssen. Jetzt montieren wir den Kopf und schauen mal, was wir alles noch da haben. Es ist leider heute das Paket nicht angekommen, welches ankommen sollte. Es kommt hoffentlich morgen an. Zieht sich alles, aber Zeitplan ist noch in ungefährer Bahn. Ja, super. Es wird eng, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Daniel sucht gerade Teile. Ich dachte, ich filme einfach mal mit. Oh Gott. Wir suchen die richtige Mutter. Eine fucking Mutter. Eine Mama. Hast du eine Mutter? Ja, du? Ich habe eine Mutter, aber nicht die, die hier passt. Oh, hier ist noch eine. Zu groß. Marvin, nimm da einfach eine Achterpuppe jetzt. Alter. Wir können auch noch eine bestellen. Dann lassen wir halt einfach im Kopf eine weg. Nein. Da kommen wir dann noch ran. Was ist los mit dir? Ich habe Bedürfnisse, Alter. Leute, mich macht die Scheiße hier fertig. Extrem fertig. Ich packe es wenig. Ganz wenig. Oh, Marvin. Ich glaube, du musst dir einen neuen Motor kaufen. Das wird auch nichts hier. Dann läuft doch rein hier nicht. Ich bin so pessimistisch, ey. Es sind keine Teile da, Alter. Nichts läuft hier. Und die sind auch viele Teile angekommen. Und es kommen auch noch Teile. Aber es fehlt halt trotzdem die Mutter jetzt. Zweiten Kopf können wir jetzt anziehen. Mit Drehmoment. Wir haben hier unser schlaues Buch. Hat mir ein Abonnent mal geschickt. Das ist ein Original-Reparaturleitfaden von VW. Und da steht drin, wie man die genau in welcher Reihenfolge und wie viele Newton wir dann anziehen muss. Das machen wir jetzt natürlich. Ich überprüfe es. Korrekt. Zehn Newton am Anfang. Du guckst hier. Nein, ich guck nicht. Dass du nicht guckst, Alter. Der zweite ist dann der. Ja. Ich ziehe jetzt erst einmal mit Zehen fest. Dann in 25 Newton. Und dann sollte das passen. Als nächstes kann man mal machen. 28 fürs Gewissen. Da wir hier von einem Kanal Köpfe auf zwei Kanal Köpfe umbauen. Das hier sind zwei Kanal. Ihr seht es. Pro Zylinder ein Loch. Müssen wir natürlich auf neue Verblechungen fahren. Das ist einerseits blöd, weil das Geld kostet. Andererseits geil, weil wir müssen unsere alten Verrosteten nicht strahlen. Und haben hier wunderschön neue. Die kommen so dann drauf. Als nächstes darf ich mich hier bei diesem Busmotor um meinen Erzfeind kümmern. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen 65er Käfer. Da habe ich zweimal den Motor noch ausbauen müssen, um diesen Simmerdichtring hier auszutauschen. Weil er jedes Mal wieder undicht war. Ich habe mich dann schlau gemacht. Was muss man machen, dass das Ding dann dicht ist? Hier läuft nämlich jedes Mal das Öl runter und der tropft. Ich habe dafür dann dieses Spezialtool hier gekauft. Mit dem kannst du ihn perfekt einziehen. Und was mir noch geraten wurde, wäre diese Dichtmasse. Ganz leicht noch davor drauf zu machen auf den Dichtring. Dann sollte das klappen. Was halt richtig geil ist jetzt. Schaut mal, wie gerade es hier den Dichtring ranzieht. Ich drehe jetzt hier einfach nur mit der originalen Schraube diese Platte rein. Und der Dichtring rutscht einfach perfekt dahin, wo er hin soll. Die Dichtung ist gewechselt. Schwungscheibe ist auch schon wieder drauf. Bleche sind hier. Und unser Lima-Fuß auch schon montiert. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass wir hier keine originalen Zylinder und Kolben verwendet haben, sondern 1641 Kubik. Sind Slip-In-Kolben. Das heißt, Block ist der gleiche, aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Hubraum. Ist ganz nice. Wenn du das eh neu machst, haben wir gedacht, nutzen wir das gerade zusammen mit unserem Zwei-Kanal- und Zwei-Vergaser-System. Sollte da vielleicht ein bisschen was gehen. Und die Auspuffanlage nicht zu vergessen. Die wissen so noch gar nicht, was kommt, ne? Da hast du mich überredet. Hast du mich in Ruin getrieben. Ja, ja. Sollte hier so ein bisschen Low-Budget-Motormäßig werden. Ja gut, Auspuff hätte man eh gebraucht. Deswegen haben wir gedacht, eskalieren wir mal ein bisschen. Richtig dicke, schöne Edelstahl-Sportauspuffanlage haben wir uns da gegönnt. Bin gespannt, wie die klingt. Als nächstes haben wir noch eine Aufgabe für heute, was den Motor angeht, und zwar die neue Kupplung verbauen. Haben wir hier eine gefederte Version mit diesem Zentriatorn, den Daniel mir vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren hast du mir den mal geschickt. Als wir den LB-Kiffer das erste Mal gemacht haben, hat er mir den noch runtergeschickt. Mit dem kannst du dich ja perfekt zentrieren. Ja. Zack. Jetzt über den Dorn Druckplatte. Das verschraube ich jetzt. Dann schraube aber auch. Nächstes Thema wäre unser Sprittank noch. Wir haben ja hier den alten, und da haben wir reingeguckt im letzten Video, habt ihr gesehen, oder eins der letzten Videos. Das ist wirklich nicht geil da drin. Super viel alter Sprit und Rost, der sich da festgesetzt hat. Gibt es Möglichkeiten, das zu regeln? Wollten wir auch machen, aber wir haben so einen Zeitdruck, dass wir das jetzt einfach umentschieden haben. Und zwar haben wir hier von Heckkraftmotors ein super Angurt bekommen für einen neuen Tank, der sehr gut verpackt wurde. Ja, hilf mir. Ja, ich helf mal. Ja, warte, warte. Yo. Da ist das Ding. Neuer Tank, ist natürlich kein Originalteil, aber für das Geld, ey, wenn wir noch einen halben Tag investiert hätten, hätte es sich einfach nicht gelohnt. Deswegen sind wir froh, können wir den direkt jetzt in den Wagen hängen. Und hoffentlich ist das dann abgehackt. Tank ist jetzt drinnen. War wichtig, dass wir es vor dem Motor gemacht haben, denn da kommt jetzt noch unser Abschottblech hin, dass Motor und Tank voneinander getrennt sind. Haben wir schön palliniert gelassen natürlich. Und dann können wir erst weitermachen, hier Motorgetriebe reinhängen. Aber auch da sind wir noch nicht ganz fertig, denn fehlen nach wie vor ein paar Teile, die erst morgen ankommen. Deswegen machen wir jetzt alles mal, was geht, um hier weiterzukommen. Es sind jetzt zwei Tage vergangen. Nein, mittlerweile schon der dritte Tag seit den letzten Aufnahmen, die ihr gesehen habt, vom Tank. Wir hatten Riesenprobleme, dass Pakete nicht angekommen sind. Es ist Weihnachtszeit. Wir haben alles per DHL Express eigentlich schicken lassen. Kam trotzdem nicht rechtzeitig an. Wir haben die letzte Zeit nur nutzen können, hier klein Zeug vorzubereiten, zu erledigen. Wir waren trotzdem jeden Tag hier, aber es gab nicht viel zu filmen. Jetzt sind wir endlich zurück mit den fehlenden Teilen, um heute den Motor zusammenzubauen. Ich zeige euch mal ganz kurz den aktuellen Stand. Ihr seht hier unsere zwei Vergaser, einer links, einer rechts. Sieht schon sehr, 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 sehr geil aus, wie ich finde. Wollte ich schon immer mal haben. Bis jetzt bin ich immer nur einen Zentralvergaser bei meinen Käfern gefahren. Die hier wollen wir noch lackieren. Die sind nämlich rot. Das gefällt mir nicht, genauso wie das Gestänge. Und dann fangen wir an, hier alles nach und nach aufzubauen. Gebläsekasten haben wir hier, die ganze Verblechung haben wir hier, dass wir am Ende vom Video den fertigen Motor vor uns stehen haben, sodass der dann rein kann und wir das erste Mal hören können, ob der Motor läuft und vor allem wie er läuft. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt direkt mal ran. Daniel hat die Ratsche schon in der Hand. Es ist heiß zum Anfang, denn die letzten zwei Tage ging wirklich nicht viel. Und das ist enorm schwer für uns, nicht viel zu machen, denn wir haben Bock, hier was zu reißen. Heute reißen wir was und ihr seid dabei. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Da steht er, meine Freunde. Alles jetzt montiert, schön lackiert. Neue Lichtmaschine. Wir sind auf eine Drehstromlichtmaschine gegangen. Haben auch den Kahlbaum auch schon so anpassen lassen. Die ist einfach geil, wenn wir dann wirklich ein bisschen Camping ausbauen oder so hier noch reinmachen wollen. Haben wir auf jeden Fall mit dieser Lichtmaschine mehr Freude daran. Gibt konstante Leistung im Gegensatz zu einer Gleichstromlichtmaschine. Kostet ein bisschen was, aber ich denke, das war auf jeden Fall das Geld wert. Neue Benzinpumpe, neuer Zündverteiler und eben hier unsere zwei Vergaser, jetzt schön in schwarz. Das ganze Gestängezeug hängt noch hier. Das montieren wir dann erst im eingebauten Zustand. Damit dann quasi beim Gas geben werden die beiden hier verbunden. Und dann geben die quasi gleichzeitig Gas. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an einen von euch, an einen Abonnenten. Der Reto aus der Schweiz hat mir die hier einfach mal bei Mofakult vorbeigeschickt. Einfach so, stand er da, hat die Dinger auf einmal gebracht. Hat auch einen schicken Käfer, war früher auf seinem Motor. Jetzt hat er einen neuen Motor mit größeren Vergasern und hat mir die hier zur Verfügung gestellt für ein Projekt. Und ja, ich hoffe, das ist für dich okay, dass die jetzt hier in den Bus wandern. Bietet sich enorm an mit den 16,41 Kubik, diesen wunderschönen Vergasern und dem Auspuff, der noch kommt. Den bauen wir jetzt gleich noch dran, bevor wir den Motor einhängen. Das gibt aber ein eigenes Video, denn es ist schon wieder recht spät. Wir haben relativ lang die letzten Tage und Nächte hier gearbeitet. Wie gesagt, die letzten zwei Tage haben wir einfach nur Kleinscheiß hier vorbereitet, dass jetzt dann alles hoffentlich recht schnell geht. Der Motor muss rein, die Achse vorne muss geregelt werden. Das Ding braucht ein paar Felgen. Elektrik haben wir schon fast alles angeschlossen, zeigen wir euch dann auch noch im Video, damit wir dann am Schluss auch rausfahren können. Das ist wie gesagt der Plan. Hier ist der Motor. Diese Motortraverse habt ihr vielleicht auch noch gesehen, wurde übrigens auch lackiert. Sowas gibt es nicht neu. Wir haben eine gebrauchte Gute finden müssen. 250 Euro, aber jetzt neu lackiert und dran. Haben wir jetzt auch. Also sollte uns nichts mehr aufhalten. Es war wirklich viel, was schiefgegangen ist auch, was ihr zum Beispiel nicht gesehen habt, was ich in den Tagen regeln konnte, wo wir auf Teile gewartet haben. Über diesen Stößeschutzrohren, da ist ein kleines Blech. Das ist jetzt drin. Beim ersten Mal haben wir das vergessen und du kommst tatsächlich nur dran, wenn die Köpfe noch nicht drauf sind, damit du quasi das Blech noch reinschieben kannst. Die Bleche nennen wir nicht umsonst Idiotenbleche. Wir waren die Idioten, haben es vergessen, also habe ich es zweimal gemacht. Jetzt ist aber alles zusammen und wir bauen ihn ein. Das heißt, im nächsten Video kommt dieser Motor in diesen Bus. Ihr hört ihn das erste Mal, ihr seht ihn das erste Mal, wie er läuft. Ich hoffe es zumindest, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Channel abonnieren, nächste Mal wieder reinschauen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.